Das beginnt erst. Wenn diese Leute auf Widerstand stoßen, schicken sie die Frauen und Kinder als Waffe vor. Das wird in einem Bürgerkrieg enden. Eigentlich wäre es Aufgabe des souveränen Staates Österreich, die Identität dieser Leute festzustellen. Das wird nicht gemacht. Wahr ist, dass das hier der größte Schlepperplatz Österreichs ist. Staatlich sanktionierte Schlepperei der dümmsten Schlepperbande, das ist die österreichische Bundesregierung, die bezahlt nämlich noch diejenigen, die geschleppt werden. Bis hierher mussten die Asylanten, die sogenannten Asylanten, bezahlen. Wir haben ein Reisebüro eröffnet. Sie wissen ja, da unten stehen Taxis, hunderte Taxis, hunderte Busse. Die Leute werden einfach weitergeleitet. Österreich hat kapituliert. Österreich ist kein souveräner Staat mehr. Ich sehe weit und breit keinen Politiker. Das sind doch Vasallen. Der Herr Faymann fährt nach Deutschland zu Frau Merkel. Die Frau Merkel sagt, wenn der Herr Faymann zu mir kommt, hat er keine Meinung. Wenn er geht, hat er meine Meinung. Und woher nimmt die Frau Merkel ihre Befehle? Wer hat denn bitte sehr den österreichischen und die deutsche Kanzlerin ermächtigt, bestehende Gesetze, bestehende Verfassungsgesetze außer Kraft zu treten? Ich möchte schon festhalten, das Parlament hat die Regierung gewählt. Aber im Parlament sitzt mein Abgeordneter und der hat niemand ermächtigt, die bestehenden Gesetze zu ändern. Wir reden ja gar nicht von Volksbefragung oder Volksentscheidungen, denn in Österreich ist der Volkswille ja nur am Wahltag interessant. Das österreichische Volk ist doch verraten worden von dieser Regierung. Das müssen sie doch zugeben. Denn kein Österreicher, außer einige uninformierte Naive, die vielleicht hier auch hin und wieder in der Öffentlichkeit erscheinen, begrüßt das, was hier vorgeht. Österreich verlangt von seinen Soldaten, mit dem Leben einzustehen. Und dann müssen sich unsere Soldaten dieses Chaos hier anschauen. Na, Sie können sich vorstellen, wenn ich meine Kameraden, meine Kameraden von der Berufstruppe oder von der Milztruppe sehe, dass die frustriert sind. Denn es ist nicht eine Frage des Könnens, es ist eine Frage des politischen Wollens. Und denen sind die Hände gebunden, weil unser absolut unfähiger Kanzler Faymann verhindert, dass Österreich seine Souveränität mit allen zu Gebote stehenden Mitteln sichert. Und das steht im Neutralitätsgesetz. Frei von der österreichischen Regierung beschlossen am 26. Oktober 1955. Österreich sichert seine Grenzen mit allen zu Gebote stehenden Mitteln. Und diese Regierung bricht Gesetze. Die gehören normalerweise vor das Verfassungsgericht. Das beginnt erst. In den Wintermonaten wird niemand sich abhalten lassen, weiter zu flüchten. Wenn die Leute das in Kauf nehmen, über das Mittelmeer mit Schlauchbooten zu gehen, dann kommen sie auch im Winter. Sie müssen sich eines vorstellen. Wenn Sie die anschauen, das sind größtenteil 90 Prozent junge Männer. Die wollen ihre Familien nachholen. Sie können hier mit einem Multiplikator von mindestens mal vier rechnen. Wenn heuer nach Österreich 100.000 kommen, dann wird der Familiennachzug mal vier mindestens mit denen schon vorhandenen eine halbe Million machen. Das ist aber gar nichts. Das ist erst ein laues Lüftchen. Bis zum Jahr 2100 wurde prognostiziert, dass wir noch 2,5 Milliarden Menschen mehr werden. Inzwischen ist das revidiert. Man rechnet mit 12 bis 14 Millionen. Sie können sich vorstellen, all die, die das sehen, und das wird nicht nur von den Handys, sondern das wird im Fernsehen übertragen, die wollen ebenfalls ins gelobte Land. Die wollen unser Sozialsystem. Die wollen unser Land besetzen. Und die kommen. Wir reden ja hier nur von der Balkanroute. Die aus Schwarzafrika sind ja mindestens so viele. Unter Afrika haben wir derzeit eine Milliarde Menschen. Bis zur Jahrhundertwende wird sich diese Bevölkerung auf vier Milliarden erhöhen. Wir haben teilweise in afrikanischen Staaten eine Bevölkerungsexplosion von 900 Prozent. Wenn wir schauen, sehen wir ungefähr 10 Prozent Frauen mit Kindern. 90 Prozent sind größtenteils junge, hormongeladene, testosterongeladene junge Männer. Die Kinder, die Kleinkinder, wurden in Ungarn über den Zaun geworfen. Ich sage Ihnen etwas. Wenn diese Leute auf Widerstand stoßen, schicken sie die Frauen und Kinder als Waffe vor. Dann kommt die Presse, filmt, wie arm die doch sind. Und in Wahrheit werden die vorgeschoben, um Mitleid zu erregen. Und hinten nach kommen die jungen Männer. Das ist doch unerhört, dass die ihre Familien zurücklassen. Das sind doch Feiglinge. Wenn meine Eltern 1945, die wurden ausgebombt, dieses Land verlassen hätten und diese Generation geflüchtet wäre, dann würde heute ohnehin niemand nach Österreich kommen. Denn dann wären wir ein dritter Weltstaat. Unsere Generationsvorgänger haben uns ein Land hinterlassen, das wir verludern und verschleudern. Das wird in einem Bürgerkrieg enden. Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ja jetzt bereits ethnische Gruppen, die untereinander verfeindet sind, wie die Türken und die Kurden. Und am schlimmsten ist es, dass unsere Regierung das nicht wahrhaben will. Und eines als abschließendes Resümee, diese Regierung gehört sofort abgesetzt. Morgen ist es schon spät. Oder wie Hofrat Mag. Hermann Winkler in seinem Buch Asylconnection bereits 2004 schrieb, es ist bereits fünf Minuten nach zwölf. Und am schlimmsten ist es, dass unsere Regierung das nicht wahrhaben will. Vielen Dank.